Namaskaram Wieder einmal der siebente internationale Tag des Yoga, der siebente Jahrestag, der diese wunderbaren Möglichkeiten des Yoga anerkennt als eine Wissenschaft des inneren Wohlbefindens. Nicht als Religion, nicht als Glaubenssystem, nicht als Philosophie oder Ideologie, sondern als Wissenschaft des inneren Wohlbefindens. So wie es Wissenschaften für äußeres Wohlbefinden gibt, ist dies eine Wissenschaft für inneres Wohlbefinden. An diesem Tag vor über 15.000 Jahren wendete sich Adiyogi nach Süden. Da sich die Laufbahn der Sonne in Bezug auf den Planeten an diesem Tag nach Süden wendete, wird sie Sommersonnenwende genannt. An diesem Tag wandte er sich nach Süden und begann, die Wissenschaft des Yoga zu verkünden. Dies ist also ein Tag, der zum internationalen Tag des Yoga erklärt wurde. Dieser besondere internationale Tag des Yoga ist bedeutender denn je zuvor. Allein wegen der Pandemie. Wir als Generation von Menschen haben erlebt, wie unser Leben auf den Kopf gestellt werden kann, ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, die Pandemie. In einer Zeit wie dieser ist der Aufbau eines lebendigen und widerstandsfähigen Körpers, eines freudigen und fokussierten Geistes und eines unermüdlichen Energiebewusstseins in dir entscheidend, um diese externen Invasionen zu bekämpfen, von denen Wissenschaftler vorhersagen, dass sie immer wieder auftreten können. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir können nicht sagen, dass dies postpandemisch ist. Dieses Noch-Pandemie-Saison. Wir haben bereits zwei Wellen in Indien und auf der ganzen Welt gesehen, auch in vielen verschiedenen Ländern. Die maßgeblichen Stimmen in diesem Bereich des Lebens, der Virologie, sagen, dass dies viel länger dauern könnte, als wir uns vorstellen konnten. Es ist also extrem wichtig, dass wir ein System aufbauen, einen Körper, der belastbar ist, und einen Geist, der ausgeglichen und überschwänglich ist, sodass wir durch diese Strapazen des Lebens hindurchgehen können mit den geringstmöglichen Störungen in unserem Leben. Yoga ist also eine enorme Möglichkeit. Yoga ist keine einfache Form der Übung. Dies ist ein komplexer Mechanismus, der die Mechanik der menschlichen Existenz versteht, wie wir gemacht sind und wie wir uns zur höchsten Möglichkeit entfalten können. Das Wort Yoga bedeutet wörtlich Vereinigung. Das bedeutet, dass wir bewusst die Grenzen unserer Individualität auslöschen, um die universelle Natur unserer Existenz zu erkennen, wie wir hier als winziges kleines Stück leben, das wir in diesem Kosmos sind, den Kosmos erfahren können. Hier in diesem Moment der Zeit sind wir in der Lage, die ewige Natur dieser Existenz zu erleben. Dies ist eine Möglichkeit, die Indien dem Rest der Welt bietet. Nun, natürlich gibt es gesundheitliche Vorteile. Es gibt verschiedene andere Aspekte, die selbst zur Erfüllung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ein sehr wirksames Instrument sein können. Das Gesundheitswesen sollte gehen. Gesundheit und Wohlbefinden, das müssen wir verstehen, können nur aus uns selbst kommen. Ärzte und Wissenschaftler können uns helfen, wenn wir krank sind. Aber Gesundheit ist nichts, das jemals von einem Arzt oder Mediziner zu uns kommen wird. Es ist etwas, das aus uns selbst kommen muss. Wenn wir das verstehen, Gesundheit bedeutet nicht nur, krankheitsfrei zu sein. Gesundheit bedeutet, dass du auf dem Höhepunkt des Lebens bist. In Bezug auf Körper, in Bezug auf Geist, in Bezug auf Emotionen und Energien befindest du dich auf dem Höhepunkt deiner Existenz. Das ist Gesundheit und wir sollten keinesfalls weniger anstreben. Yoga hat diese Kraft. Yoga hat die notwendige Wissenschaft und Technologie, um dich dorthin zu bringen. Diese Werkzeuge der Selbsttransformation, diese Technologien für das Wohlbefinden, müssen von jedem in seinem Leben eingesetzt werden. Wir bei Isha, insbesondere für diese Pandemiesituation, diese Pandemie-Welt, in der wir uns gerade befinden, haben wir ein kleines Paket erstellt, das das Immunsystem stärkt und deinem Geist Gelassenheit und deinem Körper Lebendigkeit bringt. Dies ist ein sehr einfaches Paket. Es verlangt nur ein paar Minuten pro Tag, kostenlos. Es ist online verfügbar. Bitte nutzt es. Es ist verfügbar in jedem Detail und ganzer Tiefe für diejenigen, die interessiert sind und in einem einfachen Paket für diejenigen, die nur eine einfache Übung wollen. Es ist überall verfügbar, kostenlos. Und engagierte Freiwillige sind immer bereit, sich mit dir um diese Möglichkeiten zu kümmern und sicherzustellen, dass du davon profitierst. Jeder Mensch auf diesem Planeten sollte davon Gebrauch machen. Es ist mein Wunsch und mein Segen. Jeder von euch sollte einen Aspekt des Yoga in sein Leben bringen. und ein vollständiges Leben führen. Es spielt keine Rolle, dass die Pandemie uns in den Weg gekommen ist. Das ist die Realität. Aber wir müssen darüber stehen. Wir müssen erfolgreich aus dieser Situation herauskommen und uns nicht von dieser Situation erdrücken lassen. Wir als Menschen sind dazu fähig. Ich werde noch einmal wiederholen, dass in dieser Zeit um diese Pandemie der einzige Träger dieses Virus der Mensch ist. Wenn also Menschen einen Sinn für Yoga entwickeln, bedeutet das, dass sie bewusster geworden sind. Kein zwanghaftes Leben. Wenn dies geschieht, wird die Pandemie zu kontrollieren und einzudämmen, sie in ihrem Lauf zu stoppen, weitgehend in unseren Händen liegen. Machen wir es möglich. Lasst uns diesen Standpunkt an diesem internationalen Tag des Yoga einnehmen. Wir werden Yoga in unser Leben bringen und definitiv das Virus besiegen. gamers Machen wir es möglich. aram wir Vielen Dank.